Wuh, 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 wir schauen uns heute mal wieder mhm, 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 an. Also, falls es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das würde mir super helfen und dauert nur eine Sekunde, außer ihr schafft das natürlich schneller. Du liebst Nunchucks, aber du darfst keine zu Hause haben. Wir haben die Gabel für dich. Die Nann-Gabel. Endlich kannst du auch Bruce Lee werden. Ja, wenn du denkst, oh, ich sehe immer doppelt. Was soll ich nur tun und dann siehst du nicht nur noch doppelt, sondern 20-fach. Wenn du Spiele mit deinem Geliebten oder mit deiner Liebsten haben willst und sie manchmal zu sehr schreit, haben wir den besonderen Ballgag. Endlich wird die Luft nicht einfach nur noch verbraucht. Du liebst Fische so sehr wie Monte. Hier hast du einen Lifehack. Du brauchst nur ein bisschen Wasser für deinen Hals und wenn du da genug trainiert hast, kannst du deinen eigenen Fisch immer bei dir haben. Wenn du mal ein bisschen Energie brauchst, aber denkst, ich will nicht immer diese Energies trinken. Ich will lieber mal eine Batterie trinken. Die haben viel mehr Energie. Wenn eine Straßenlampe den Moonwalk macht. Oder vielleicht ist der Weg auch nur sehr steil. Bodypaint. Du wolltest immer schon mal rot, blau oder schwarz sein. Wir haben die Farbe für dich. Ja. Wenn du Gamer unlocken willst. Oh Gott, da ist eine Grafikkarte. Die gibt es nicht mehr. Oh Gott, nein. Ich wurde gefangen. Ich würde da auch reinfallen. Wenn du den Pope beleidigst. Was hast du zu mir gesagt? Hier hast du die Faust Gottes. Tom und Jerry. Oh mein Gott, schau dir das an. Ist das mein Bruder? Muss ich so auch jagen? Wo ist die nächste Maus? Du wirst angehalten, nur weil du ein Bananamobil hast. Was wollt ihr? Hä? Soll ich mich etwa schälen? Kannst du dich ja auch einsetzen. Vielleicht bekommst du einen Bananasplit. Du wirst verhaftet. Du miaust zu viel. Kein Miauen erlaubt hier. Wenn du bei der Arbeit einfach mal stehen willst und nicht den ganzen Tag nur sitzen willst. Okay. Ich nehme einfach die Bodenplatte weg. Ach, viel besser. Aber es ist auch viel angenehmer. Ich habe ja auch so einen höhenverstellbaren Tisch. Und ich nehme auch viel lieber im Stehen auf als im Sitzen. Wenn du die einzig wahre Flagge in deinem Garten hast. Verehrt die Hunde. Das ist unsere Religion. Ich frage mich, ob seine Nachbarn da eine Katze haben. Wenn du irgendwann mal aufgeben willst und dir denkst, ich werde doch eh nicht mehr gebraucht, ja? Es gibt immer mehr Elektroautos. Und da ist die Gangschaltung einfach nutzlos. Hä? Ein Bild, das eigentlich voll cool ist. Wenn ihr es groß seht, könnt ihr Hope lesen, falls ihr nicht davor umfallt. Und wenn es klein wird, sieht man eine Frau. Die mega optische Täuschung. Wenn Maxify anspannt, schaut meine Mosklin an. Vorsicht, das Papier. Ich will mich nicht am Papier schneiden. Nein, ich will nicht so sterben. Ein Papierschnitt reicht. Wenn deine Eiscreme richtige Denker sind, schaut mich an. Oder nicht. Aber wenn, dann esst mich lieber schnell. Du hast immer Probleme mit Tassen. Du denkst, der Henkel ist einfach nicht schön genug. Der nervt dich nur noch. Wir haben die Tassen. Die sind an deiner Hand angepasst. Sie haben seine Hand gefunden. Der Daumen und der Ringfinger ist noch ganz, aber bei ihm nicht. Ihr müsst euch fusionieren. Dann habt ihr eine ganze Hand. Wenn man zu lange Minecraft spielt. Ich habe eine Frau so lange nicht mehr gesehen. Schaut sie euch an. Ich habe die selbst gebaut. Ist hier nicht toll. Ich muss mal wieder rausgehen. Du musst irgendwas messen. Wir haben den KitKat für dich. Du bist fertig damit und du isst es auf. Und falls du dann die Zahl vergessen hast, musst du es halt neu messen. Und mehr essen. Nach den ganzen Hot Tub Streams muss es weitergehen. Aber wir wissen nicht wie, bis wir sie gefunden haben. Die Dr. Pepper Badestreams. Endlich wissen wir, wie Twitch weitergeht. Oh Bro, ja Bro. Dein Strahl ist so stark. Boah, danke Bro. Darf ich auch mal halten? Boah, danke. Wenn du ein bisschen Motivation auf Klo brauchst. Oder wenn du direkt alles live sehen willst, wie dreckig deine Toilette ist. Was muss ich noch sauber machen? Ah, alles. Haha. Zum Glück habe ich eine durchsichtige Toilette. Lego. Nein. Leck. Er hat ein Lego-Lack. Also ein Lego-Bein. Danke, Leck. Es ist so schön mit anzusehen. Wenn es zu warm in Deutschland ist. Oder die ganzen Gammel-Influencer aus dem Dubai jetzt kommen, weil da 40 Grad sind. Legt mich da rein. Du liebst Tentakel? Du liebst High Heels? Was willst du noch? Wir haben hier alles. Deine Lieblingsschuhe in unserem Laden. Kauft sie jetzt. Dann werden die Tentakel euch auch mal haben. Etwas hat sich irgendwie so ganz leicht verändert. Aber ich kann irgendwie nicht abzählen. Was? Was könnte an meiner Hand nicht stimmen? Ah. Irgendwann wirst du es herausfinden. Du hast Poppen zu Hause. Das ist eine alte Lady. Bist du dir sicher, dass sie alt ist? Sie ist durchtrainierter als alles andere auf der Welt. Ich will auch mal groß sein. Wuff, wuff. Schaut her. Ich bin ein großer Hund. Ein Riesenhund. Spielt mit mir. Aha. Wenn du den perfekten Stuhl für dich suchst. Der deine Form hat. Hier ist es so bequem. Aber ich darf mich nur nackt drin sitzen. Sonst passt der Stuhl nicht mehr. Du willst mit dem Fahrstuhl fahren, aber du weißt nicht mehr wohin. Du kannst nur noch einen Pfeil drücken und der Fahrstuhl hat auch vergessen, wohin er geht. Warum fährt er immer noch? Ich bin schon seit fünf Minuten hier drin. Wir haben so viele Toiletten in der letzten Zeit. Aber wie ist es mit der Außentoilette? Die schnervt es immer, dass es so stinkt in der Toilette. Aber du weißt nicht, wie du es ändern kannst. Wir haben die Toilette in den Bergen für dich. Du musst nur täglich wandern gehen und hoffen, dass keiner in der Nähe ist. Wenn du auch mal bei der Formel 1 mitmachen willst. Ich kann mir das nicht leisten. Jetzt baue ich mir eins selbst. Schau her. Darf ich damit mitmachen? Es ist so schön. Habe ich selbst gebautes aus. Zement und Plastik gefühlt. Wenigstens hat er mehr Platz drin. Du gehst einkaufen, drehst dich um und siehst das. Und immer wenn das blinzelt, kommt das näher. Und näher, es braucht einen neuen Kopf. Gib ihm dein. Er will doch nur leben. Die neuen Masken und mehr. Für die tolle intime Zeit oder für den Strand. Ich will mal wieder schwimmen gehen. Aber ich will nicht, dass das Wasser in Berührung mit meiner schönen Haut kommt. Wenn du immer mehr Eier kaufst und denkst, hatten wir noch genug Eier? Ich kaufe noch mal mehr. Wie viele? Du kannst ein Riesen-Omelett machen. Die Zielscheibe, wo du wirklich weißt, wohin du schießen musst. Vorsicht, sie hängt tief. Ich bin neuer Kellner für heute. Hi, na? Ich bin auch da für extra Wünsche. Ihr müsst es nur bestellen. Bestellt es. Jetzt. Wenn irgendwann das Internet nicht mehr gibt. Hier, habt ihr den PH? Ah, endlich. Ich kann wieder rauf gehen. Du bist zu faul, die Seife auszutauschen. Wir haben den Seifenspender für dich. Der rasiert einfach die Seife für dich. Und so kann sie nie wieder wegglitschen. Wenn du eine Katze hast. Oh mein Gott, ich habe Hunger. Na, schwimmt doch mal her. Ich will euch essen. Kommt her. Kannst du den Notausgang nehmen? Ja, klar. Warte. Ich nehme den seitlichen Ausgang. Ah, okay. Aber vorsichtig. Der Wind kann ein bisschen stark sein. Ja, kein Problem. Wenn ich falle, spüre ich danach nichts mehr. Wenn die Schlange im Labyrinth gefangen ist. Hä? Bin ich gerade nicht schon links gegangen? Warum gehe ich ganz Zeit links? Okay, ich halte mich links. Dann komme ich irgendwann hier hoffentlich raus. Die schlimmste Falle für Schlangen. Wenn du eine Ente bist und dir denkst, was machen die da? Worauf wartet ihr? Quark? Hallo? Und die nur auf ihren Herrchen warten? Nein, du darfst nicht einfach so das essen. Auch du musst mit Stäbchen essen, ja? Nur weil du eine Katze bist, heißt das nicht. Du darfst mit den Händen essen, ja? Oder mit den Pfoten? Die erste Katze mit Tisch manieren. Du liebst Gurken? Du liebst Piraten? Wir haben Captain Hook für dich. In Gurkenform. Wenn du jemanden aufspießen willst und dir denkst danach, oh, ich hab Hunger. Ich ess mal kurz meine Gurke. Wenn der KFC-Manager erfährt, du warst wo? Bei McDonalds? Bei Burger King? Ich komm jetzt zu dir nach Hause, ja? Da versteht er gar keinen Spaß. Ich seh dich. Oh, ich dich? Oh, wie geht's dir? Ja, gut. Warum schaust du mich eigentlich so komisch an? Ich weiß nicht. Ich kann meinen Blick nicht von dir lassen. Doom. So heißt das sogar dein PC brennt. Das Spiel, das du nur einmal spielen kannst. Oder du immer eine neue Wohnung brauchst. Wenn dein Auto zu oft sich überrollt. Ich hab keine Lust mehr. Ja, ich fahr jetzt so weiter. Und wenn es jetzt umkippt, dann kann ich einfach mich einmal um 180 Grad drehen und weiterfahren. Ha, ich bleib in diesem Rennen. Und du brauchst einen Computerchip? Ja, ich hab einen selbst gebauten. Hier. Äh, ich will ja nichts sagen, aber ich glaub du hast den Chip zu ernst genommen. Ich wollte kein Cakes haben. Wow, 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 wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr jetzt noch mehr sehen wollt, das links im Video rechts geht zu meinem zweiten Kanal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.